Oh Gott, die zwei die Einführung ohne... BIEP! Ab jetzt wird's recordet. Ah, ist schön. Erster, hörst du wieder auf? Ich schneide den Anfang einfach weg. Ich war da schon, um aufnehmen, weil... Du musst sie überpiepen, ne? Achso, oh wei. Ich lasse es, glaube ich, drin im Mund. Ne, man, schneid raus. Okay. Oder du zensierst meinen Namen durchgehend. Und meine Stimme. Machst du Pieps-Ton drüber so. Hey, ne, ne? Gucken wir mal. Top sieht gut aus, den Ganken. Hacker-Rie mit keinem Flash oder sowas. Was dem, weil auch den Rest gibt, ist, dass Einsicht nicht mehr gespielt wird. Nie, ne? Einfach nie. Nie wieder. Wir wollen's. Da draußen ist es kalt. Da draußen ist es kalt. Ich hab noch nie ein wertes Spiel verloren. Habe auch noch nie eines gespielt. Wer ist es? Wer macht den Gangnam-Style, der Twisted Fate? Ja, ich hab noch nie gesehen. Ich hab noch nie gesehen. Ich glaube, das ist neu. Das haben die jetzt überarbeitet. Ich mag die Sprüche vom Nunu, das ist alles lepsch irgendwie, der tanzt lepsch, der Taunt ist lepsch, die Lacher ist lepsch. Der ist einfach komplett lepsch, mein. Ach stimmt, der Gegner hat kein AD-Carry. Vielleicht war gerade das Dorf. Oh wei, hab ich nebenhin geguckt. Genau, stell mal den XP, du. Ich hab gar nichts gest... Doch. LOL. Gucken wir auf deinen XP-Balken. Ja. Ja. Ich hab mich gerade noch mit der Monster... Könntest du dir angucken hier später. Ich hab die Kleinen angegriffen, Mann. Wenn du zu nah... Wenn du so nah dran stehst, also ich sag mal so auf... Auf einen halben Zentimeter, dann kriegst du die XP mit ab. Wird meine IP geteilt. Achso, ich meinte, ich hab den Großen geklaut. Ne, ne, du hast gar nicht geklaut. Du hast nur die IP bekommen. Ähm... Ähm... Leute, wie die Tailwind-Ultra geil auf Range bleibt. Wie das voll gut macht, Mann. Aber die Botline müsste eigentlich hier voll dominierend sein, äh. Ich hab den Eisball noch ballern sollen, ne? Schade. Ich war eigentlich schon escaped, Mann. Ich war eigentlich schon escaped. Ich war eigentlich schon escaped. Ja, hab ich gesagt. Aber wir haben First Blood bekommen. Alles gut. Du hast mich noch Gold abwarten. Was ist das so traurig, Mann. Soll' ich noch Gold abwarten. Was ist das, was ich denn eine Goldkarte gepickt hat? Warum denn die Gold pickt? Alter, ich hocke da wie so ein geistig Kranker in der scheiß Ecke, und er pickt keine Goldkarte. Ja, das Problem ist, ihr müsst das Instant-Lock machen, ne? Weil der Gegner sieht das ja auch. Das heißt, ihr müsst die Gegner angreifen und dabei locken, ja. Sonst bringt es nichts. Wer da steht und wartet, dann ist er für den Arsch dann. Ich hab heute gewandert, dass der die Pick-Stand direkt dabei ist, dann wäre ich reingekommen. Ich hätte das schlecht benutzen alles. Ja, ich hätte mir vielleicht lieber Bootser-Rollern sein. Oder Reck, schauen wir mal was hier, jetzt besser wird. Du bist, du bist, du bist, du bist Oh, 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 ich ging die Böse ins Gesicht gerade. Ich war's gar nicht mal worden hier. Ich ging die LINE nicht so schön gepusht, dass ich worden könnte. Aber die nämlich spielt besser, Mann, als früher. Komm gleich hier an Boto. Ich habe Angst, hier gucken zu gehen. Hackerim ist am Start. Die Gegner laufen voll weg, so weißt du. Die Gegner spielen außerdem auch ohne Wards, ja? Das ist vielleicht eine ganz gute Information für dich. Ja, das ist eine sehr gute Information. Und Hackerim parkt hier. Ja, der parkt hier einfach. In der Hoffnung. Der parkt da? Ja, ja. In der Hoffnung, dass wir nicht gewordert haben oder so. Ich weiß es nicht. Nee. Dann fressen wir mal hier so ein Vieh. Wop. Und gucken wir mal. Oh. Neul. Oh, jetzt töte ich ihn. Fing ich meinen Assisten, Mann. Na egal. War gut. Zweite wäre noch schön gewesen. Hast du das nicht bekommen? Ja, ja, klar. Doch, doch. Hat dir Angriffstempo gegeben. Ich komme gerade noch an Rang. Du bist ja eigentlich so weggedüst. Ja, da steht eine Sitsche da. Aber da bist du dann so runter. Und da habe ich den noch bekommen. Und da habe ich den noch mal ein bisschen Damage hier am Tower. Gucken wir, wie ich es schaffe. Voll verloren, Mann. Aber ein bisschen, ein bisschen ging es schon. Ja, so hat noch gut Zeit. Neul, Wukong. Der herrscht. Vielleicht habe ich Level 5, dann geht's ja. Dignett gewordet bei Dragon. Ich mache aber 3 Counter Ward. Hat er jetzt mehrere Worts dabei? Keine Ahnung. Das müsste hier irgendwo sein. Oh, vielleicht wird es doch kein Counter Ward. Sondern eher schnell weglaufen. Ach, Mann. Ja, geil. Mein Carry ist tot. Er beschützt sein Ward, Mann. Bis auf den Tod, Mann. Das ist der Hass, Mann. Ich komme. Geh du rein. Ich hole mir den Ward. Und weg ist der Ward. Oben kommt Dingsbums. Free Frag. Oh, ich habe kein Flash, nichts. Du hast es fail-to-teilt, aber du hast es fail-to-teilt. Nein, warte auf ihn. Töte! Schneller! Boah, der Tag-Speed, Mann. Wenn ich mein Schild anmache und was kriege, kriege ich doppelte Tag-Speed durch mein Passive. Und die Stein noch dazu. Unfassbar. Voll ausgehaftet. Also, müsste jetzt geclared sein wieder. Die haben nicht noch ein Ward gehabt. Botline. Das heißt, ganz gleich wieder vorbeikommen. Bisschen ganken, ja. Bisschen Party machen. Ah, gucken. Vielleicht machen wir jetzt auch ein bisschen Damage am Tower. Ich würde ja eigentlich gerne mal hier, dass er ein bisschen schneller macht, ne. Wollte hier ein bisschen Schaden machen können. Ach, Mann. Ach, Mann. Ich muss jetzt auch mal shoppen gehen, dass ich hier mein Gold-Item noch hole. Sonst ist hier gar nichts her. Die Kette. Na, komm, machen wir jetzt. Kann ich auch Wards kaufen. Ach, ich hab gerade nicht geguckt, es kann sein, dass Wukum gewordet hat. Oh, oh. Oh, oh. Botline. Oh, schade. Ah, kein Ulti. Was ist denn der nächste? Ist ja noch in dem Busch hier drin anstehen. War AP aufrecken. Ulti. Oh, lol. Big Minion verpasst. Oh, vielleicht waren wir Ulti. der hat den falschen angegriffen oh mein gott ich habe jana angegriffen und der hat den bär angegriffen unfassbar ich kaufe mir wieder schnell runter auf meine line das ist nicht schön naja ich habe gerade überlegt weil die beiden waren unterwegs dass ich hier noch schnell ulti kaste aber zum aufhalten halt so weißt du aber nicht schlecht Wollen wir den? Den imba-Champ? Den no-skiller-Champ? Mh, echt. Echt no-skiller-Champ. Boah, was anstrengend war das gerade wieder. TV Dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Grafik Ich bin dabei! Nice! Verlore! Der Bär! Fast gestorben! Oben dir! Hackerarm! Ohhhh! Schießt der Yellow Card irgendwo hin! In den Menin rein! Talon kommt von unten! Lass mal abfangen! Niemand kommt von unten! Hmmmm... Hast du hier ein Wort drin? Nein! Kaum bewege ich mich, ne? Kommt der! Oh, wir werden alle platzen, ne? Ja! Ja, wir werden alle sterben! Hast du nicht mal einen Assist bekommen dafür? Das ist unglaublich! Oh lol, Mann, nein! So traurig! Mit Ace, Mann! Das ist auch noch dazu! Unfassbar! Hm! Der Gegner hat einen Ton zerstört! Verlore alle! Ähhhhh! Nyaum, 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 nyaum! Das fällt, schlitz umgehen! Alter, haben die das Axe Watch drin! Das sind wirklich, oder? Das sind wirklich, oder? Hahahaha! 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 Loll! Hahahaha! 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 Oh mein Gott! Der Killer ist da, Mann! Die Killermaschine! Zur dritte laufen wir weg! Vor einer Diana! Was ist da los, Mann? Hahahaha! Bitte pushen! Okay, wird sterben! Hahahaha! Hahahaha! Feet like Hell! Diana ist halt einfach, ne? Einfach Diana, ne? Ich dachte mal... Einfach Diana, ja, ja! Ist Diana... Viel zu tanky für das, was sie ist! Musst du vergleichen? Alter, wenn ich vergleiche... Dianna mit der neuen hier, mit der Spinne! Dianna ist einfach mal fünfmal so stark wie die Spinne! Ja, mein man ist auch Diana der einzige Champion, in dem man mit hier die Pentakills reißen kann, ne? Weil die einfach... immer noch zu OP ist! Episch OP! Boah, sag ich echt dreifach Gold-Items scheiße spielen! Was ist das? Ich habe alle bekommen! Ich habe alle bekommen! Und die anderen mit Rage Modus! Bam 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 bam! Alles kaputt, Mann! Lauf! Lauf! Okay! Nein! Man kann einfach irgendwo hinfliegen, ne? Ja! Hm, unfassbar! Komm, auf den Tower Dive gegen mich! Kannst voll vergessen, Mann! Voll die wäre ultra krass gefielde und der passive ist einfach episch! Ja! Ja, aber ich finde die anderen ist viel größeres Problem! Allgemein! Ja, die anderen hat das größere Problem momentan! Gegen ihrem Schild und so, ranziehen! Duи! Einfach viel zu krass! Ich krabble für die Zeitoy mal irgendwo auf dem Dragon! Dup-dup-d-dü-ddu uh-du-duh-duh-du peu-duh-duiu-duh... mature als puzzles der Hammer! Hackerim Weil er halt Hackerim ist, ne? Hackerim an sich ist einfach wüsse Ich finde das geht halt, der kann gut zu lauen, ne? Und das rett die Flott Aber wenn man halt so die Blitzkriege ist Wenn du so ein Champion ist, wenn du am Dominieren bist Dann ist er halt gut Und wenn nicht, dann halt nicht gut Ja, wer da mal nichts in seinem Kit drin Loll, kommt der echt hier Ja genau, das hat er Das ist doch alles, was er hat Ne Man, der Blue Card, traurig Er ist tot Nein, da kommt die anderen aus Hat er eine Blue Card gerade geworfen, keine Yellow? Ja Mann, der ist voll schlecht mit Twisted Fate 1, 6, 3 1, 6, 3, ok 1, 6, 3, ok 1, 6, 3, ok 1, 6, 3, ok Oh, ist er Top Farmer Oh, er hat sich verloren Oh, er hat sich verloren Nope Nope Niiiioop Nächster Rundern Also wenn ich mir 3 von denen aufgeben, gebe ich auch mal auf, aber wenn ich dann viel zusammen schaue Hast du abgelehnt gerade? Nein Gut Ich bin die Ultrafarmen gerade, ich bin die Ultrafarmenmaschine gerade Hopp, weg damit Okay Oh Gott, der Trapper muss eigentlich auch gleich wieder kommen Mein Wort muss langsamer laufen, oh wir haben Barron gemacht, sehr schön Wir haben Barron gemacht, Alter Oha, jetzt hab ich der Unterkneid Ich wollte da einfach mal schön useless Richtung Barron laufen Das war dumm, ist auf jeden Fall nur uns, kann man auch aufgeben Komm, nein, wir sind jetzt getroffen Ich hab den Bär gekriegt, genau Oh, Hackerrim kriegt Ultra den Damage, man Ja, Hackerrim hält echt nichts aus, Hackerrim ist voll unnötig, ich hab den ja auch eine Zeit lang als Jungle-Lage gespielt, echt einfach Aber wo war Diana, war die gerade überhaupt da? Ich glaub die war gar nicht im Start, oder? Keine Ahnung, ich glaub die war top am Anfang an Oha, da ist Diana Wird ausgebremst, probiert auszubremsen Tja, der ist nix, der wird ausbremsen, ne? Oha, oha LOL LOL! Sieh, krieg ich den nicht kaputt! Ich komm nicht ran Jetzt schnell Der Affe Scheiß Triniti Oha, wir haben ihn Wir haben ihn Nicht? Nein, wir haben ihn nicht Doch, wir haben ihn Doch, wir haben ihn Doch, wir haben ihn Oh mein Gott, ich werde sterben aber dafür Neu, geschlot, alles Doch, los Es ist ja Alles probiert, Mann Oha, da kommt dieitnio, der Killermann Dass ich ein Gu-Kong nicht glad kriege, der nur 30% AP hat, das ist echt der Hammer, gib den vollen Rest Ich kann ihn nur noch überleben, um die Ehre Um die Ehre, vielleicht um die Ehre Oh nein Ich probiere dir eine anzugreifen, warum überhaupt kein Schaden wird Oh lol, aus Yellow Card Oh nein, aber noch einen Minion, den ich noch eins fressen kann Oh no fuck, ich hab verplant Ah ok, so rundern wir Guck noch einen Death on Bob Ah 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 Ah